Ganz herzlich willkommen zur 34. Lektion von unserem Ihrem Business Coaching hier im Internet. Heute kommt im Marketingbereich ein wirkliches Pralinchen. Viele fragen mich für meinen CI, meinen Firmenauftritt, welche Farben, welche Formen für mein Logo sind am zielführendsten. Und ich gebe Ihnen heute ein paar Insights zum Farbfächer, das heißt, welche Farben für welches Geschäftsmodell, das heißt für Ihres, die richtigen sind und welche Farben den Umsatz und die Kunden vertreiben. Also freuen Sie sich auf die Marketing-Lektion in dieser Woche. Im Kampagnenbereich für die Premium-Mitglieder habe ich auch ein Pralinchen, nämlich professionell designte, gestaltete Business Cards. Gerade die Start-ups werden sich freuen. Und im Persönlichkeitsbereich geht es um das Thema nochmal, Warum sind bestimmte Unternehmer erfolgreicher als andere? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Zwei Unternehmer vermarkten in der gleichen Zielgruppe ein identisches Produkt. Der eine macht 823 Euro Umsatz, der andere 850.000. Welcher der beiden sind Sie? Das ist meine Frage im Persönlichkeitsimpuls. Schauen Sie rein ins Video. Wir sehen uns in der Lektion. Wie immer mein Tipp, seien Sie aktiv. Ich zähle auf Sie, ich beobachte Sie da draußen, geben Sie Vollgas. Bis zum nächsten Mal.